Hallo, hier ist Günther von Scootertouren. Letzter Tag, letzte Stunde unseres Wochenendes im Weserbergland. Wir haben in Eisenach ein paar Leute verabschiedet, waren nur noch zu dritt und dann kam die Bitte, Günther, gib doch einfach mal ein bisschen mehr Gas. Ja, zu dritt geht das natürlich wunderbar. Versierte Fahrer und wir haben einfach die Scooter ein bisschen mehr laufen lassen als sonst. Seht selber und genießt das goldene Oktoberwetter. Bis bald. Musik 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 Musik